moin leute und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf dem kanal wir sind in kaikura und ich nehme euch heute mal ein bisschen durch die schöne natur und durch die stadt hier mit also genießt es so Musik Ja, so Leute, da ist die Seal-Colonie, hier von Kalkura, und es ist sehr windig. Ah, ziemlich groß, viele Seals, nice. Da Leute, auch wieder alle am Chillen, genießen die Mittagssonne. Volle Säcke. Jetzt geht es hier rüber. Batsch, batsch, batsch. Finde sich ein bisschen illegal an, aber ich glaube ich extra dafür von dem her. Weiter geht's. So Leute, das ist die Südbucht von Kalkura. Hier, ich stehe gerade auf einer Weide. Also hier, das ist der Weg, ich bin hier nicht illegal unterwegs. Und da hinten die Häuser, im Hintergrund schön die Berge. Ist einfach, einfach toll hier. Das ist die Südbucht von Kalkura. 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 Das ist die Südbucht von Kalkura.